Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket Leach. Ich bin's wieder, euer Robin. Mit am Start sind mal wieder der André und der Luke. Hey. Wer hätte es gedacht? Hey. Wooo. Ich bin mal die Freude. Ich hab gehört, wir machen jetzt 3 und 3 Rankeds. Rankeds? Okay. Go harte, warum? Dass wir verkacken. Wir können eigentlich nur gewinnen, denn ich bin mal... Das war's höchstens. Weißt du, wir können nur gewinnen, ich bin nebenbei mal wieder am besten. Achso, der André ist ein Mexikaner, Robin Spau war zwar nicht mit dem King, so wie immer? Ja. Ja, dann ist dein eigenes Tor. Ja. Das wusstest du? Ja. Weitritt läuft. Weitritt läuft, ich weiß es. Weitritt läuft, ich war drauf, ein Spieler. Also ehrlich, 6er Part am besten, ne? Ja. Ja. Suche läuft, ja. Ist ja wunderbar. Ja, ich komm noch mal in 5 Minuten wieder. Was? Ich komm noch mal in 5 Minuten wieder, dann haben wir ein Game gefunden. Echt? Wieso dauert das nicht so lange? Sind die Server schon wieder im Arsch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wird's witzig in der Aufnahme. Also eben stand da, wart auf einen Spieler, wart auf einen Spieler, wart auf einen Spieler. Nicht alle Spieler sind verbunden. Timeout bei der Server-Familie. Warum steht da bei euch? Was? Bei mir steht da gar nichts. Bei mir steht nur Suche läuft. Ja. Bei mir auch. Ach, man kann da, muss. Ah. Oh, Gruppenleiter sucht nach einem Match. Oh, ich seh's auch gerade. Oh, drüber gehen, dann öffnet sich ein Fenster. Was hast du denn gedacht? Das ist Magic. Wow. Oh. André, ich muss dich mal was zu Zero fragen. Ja, frag. Nein. Wie zur Hölle kann man mit dem 10 Sekunden unsichtbar bleiben? Gibt's einen Skill? Äh, ja. Du kannst es verlängern, indem du Gegner töltest mit einem Nahkampfangriffen. Ah. Okay. Du kickst einen Skill, den kannst du nach vorne dashen. Ah, der, der, ja, okay, okay, den hab ich schon gesehen. Genau, und wenn du da mit einem Gegner töltest, dann verlängert sich die Zeit, glaub ich, um, naja, alle Gesam, Baumann und Lemon Tree. Ich schreckt für dich, Baumann schreitet zur Tat. Das ist der Bauarbeitermann, der ist der Baumann. Ähm, ja, wir haben ja nochmal neu angefangen. Ja. Mit irgendeinem Menschen namens Tobi. Spaß, ich kenn's Tobi. Tobi, Tobi. Tobi's, 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 ja. Immer diese Menschen namens Tobi. So. Das ist voll auch sozusagen, jedes Mal. Das ist fast so schön wie Kevin. Schreiten. Oder Nörte. Schreiten. 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 Ich hab mit nie einem Menschen gesehen, der Dörter. Wenn sich Dörter's dancing. Dörter's dancing, hier, Mann. End und meule, ne Mörte. Ich weiß noch nicht, ob da... Was meule, ne? Yes, Mörte, nicht Dörter. Los, Mann. Was ich jetzt so nach oben wohl schon gesagt habe, ich weiß nicht, was. Oh, jung, äh. Das letzte Part eingestandert, gerne mal. Weil du bist ja, der Ziel war. Hashtag mehr likes als KUFA. Jeff. Ich muss einmal in die Durchfahrt. Es war ja ein super Befreiheitsschlag von dem Typen. Ja, das ging nicht. Aua! Ja! Ich weiß, ich bin wieder ein tolles Tor. I wonder how. I wonder why. Bitte haltet eure Schnauze, yeah. Denn ich bin ein Bananentraum. Nein! Oh, das hätte ein Tor werden können. Wow! Ach, das ist süß. Ach, das ist süß. Ach, das ist süß. Ach, das ist süß. Du machst das immer in so dummen Momenten. Du bist ja. Alter, da hört gerade irgendwer dieses Kind da am Hintergrund. Ja, wo ist das? Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird entführt, vergewaltigt oder geschlagen. Nein! Oh! Scheinbar. Oh, Alter! Was ist das? Wie kann man denn gleichzeitig entführt? Das geht! Was ist das? Warum entspricht auch seit Paaren? Du entspricht das Kind in den Van rein? Das sind zwei Pedos, die nicht so viel Zeit haben. Nein, ganz ehrlich, zwei Mann einer fährt, da anruhe ich auch auch in den Van. Also, passt doch. Ich spreche immer sehr und sehr tolle Themen in dem neuen Einsatzplatz. Nein! Nein! Hat den weggekickt. Alles ist gut, meine Freunde. Für die Freilichungsschlag. Mein Gott, nein! Nein! Komm, mach den rein! NICE! NICE! Du konntest jetzt NEIN sagen. Nein, hab ich gesagt. Dich erst NEIN, NEIN! Nein, guck doch! Weißt du! F**k! Prozent der Bordung so die schon immer schon immer schicken es kann sich doch was hat was was wer ist das Problem Officer und und meint auf dem Haus so Problem muss auch so das ist so wichtig Müsst das auch. Ich habe weit, weit weg, schon 400 von 500. Ich habe den. Wahrscheinlich irgendwie 500 Kilometer mit Wüßen oder so, ne? Oder einfach nur, so. Auch vakts. Voller gay. Schöne, ihr seid ihr schossen. Voller, gay. Der hat mich voll weggekickt, ne? Ja, der hat mich voll weggekickt. Ich habe Verbindungsunterbrechungen. Scheiße... haupte im hau 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 da 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 BAM KAL ALA KAZAM Was lachst du? GUMMI Seht ihr auch das Bild von dem zufällig? Nein, Fragezeichen Wir haben alle drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Toll anreden, wo sich die Folge so nennen Du kannst dir auch haupte Verwaltige ihr Kind Ich hab' den Skype angeschrieben Jetzt hört man das Nein, ich verhole echt Irgendwie alle Tor-Möglichkeiten Ja, wie immer Was würde jetzt eigentlich passieren, wenn ich runtertappe? Wird da das Skype aufgenommen werden? Nein, du nimmst mir im Open auf, ne? Kannst machen, was du willst, das Spiel bleibt Game-Aufnahme und dann immer nichts-Aufnahme Game-Aufnahme demais Na, wie sich das andere anehört an Du kannst machen, was du willst Bapapapapa Ja, also Der Sound den hört man schon, ne? Dann gibt's aber einen Button für 50 Minuten, ne? Gewillt guillt mal ganz anders es gibt nur weil du mein Bruder bist du musst nicht denken dass ich mag auch man, ich hab keinen Buß, ich hab keinen Buß Nein, Luke, was wirst du? das war ne Vorlage in die andere Richtung äh, gut, 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 gut egal ich war jetzt nicht mal schuld dann guck ich mal ich bin erstmal weggeschossen warte dann schön im Rückwärtsgang also das hab ich nicht mehr gesehen auch manisch, 1-2-2-2-3 los, gebt Gas, die Nudeln ja, bei dem wir bleiben stehen wenn wir mit dem Gas geben müssen wir uns verständen wir sind nicht im dritten Reich, ja? das hat gefehlt jetzt bin ich, jetzt bin ich ja, voll zusammen, die Nudeln ja, ne mach der die Nudeln das hat noch nie das war noch nicht nur meine das war mir die Vorlage, das fand wir ganz cool ich hab mich drin, wie? ich hab 200 Punkte gekriegt boah das war aber clean aus ey du hast ne Vorlage gemacht in einen Schuss Hey, jetzt sind wir schon wieder auf 60. Mach das. Nur der Gruppenleiter kann nach Matches suchen. So, Dr. Colossus. Du bist ein Edward. Du bist ein Edward. 8491. Gut. Ich habe jegliches Fenster. Wunderbar, der eine ist anscheinend ein Afghan. Ja, okay. Sind alle da. Schade. Komm, mach was. Ich hab das nur aus der Ferne gesehen. Jawoll. Muss mal kurz jedes Fenster dominieren. Minimieren. Manuel Neuer. Minimieren. Die Typen spielen sehr chaotisch irgendwie. Die Typen spielen so gut. Fuck. Eins gegen drei Anregungen trotzdem. Ich komme in meiner Welt. Meiner, 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 meiner. Oder auch nicht. Das ist wie beim... Oh fuck. Dreh dich! Wie beim Läuter verbrügelten. Jetzt stehen wir trotzdem. Boah. Nein. Ja, von denen hat mich weggekickt. Nicht. Diesmal nicht. Mann. Hätte mein Tor mehr hatten. Die lachen und dann Mann. Mann. Hahahaha. Mann. Ich bin irgendwie zu doof, um die Leute zu fach zu gehen. Äh. Nein. Du. Wollt eigentlich grade springen? Nee. Das kann ich nicht machen. Überleben ist nur, euch dann zu beschissen, wie du siehst. Ich hätte ihn sonst reingemacht. Ja, dann hat er ihn halt reingemacht. Nein. Bleib vorne. Ne, mal. Schöken was? Oh. Hahaha. Mein Ball. Nö. Ich weg damit. Habe mir das Gefühl, wenn der Rom in den Tor steht, sind die ganze Garten neu. Sie die ganze Garten zum Lust zu sagen. Das sieht doch nicht. Die ganzen Lust. Wow. Die ganzen lustigen Sachen. Nein. Ja. Ich habe ihn nicht gewalt. Haha. Nicht getroffen. Wapp. Was denn? Du hast den Ball einfach nur gestoppt. Ich freu mich auch, was das grade war. Ich hab keinen Boost, Mann. Ohne Boost ist dieses Spiel so scheiße. Ja, ne? Was? Und, 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 und. Und, und, und. Oh, das war Andre. Entschuldigung. Andre! Stell dich ins Tor. Alter, ich habe immer noch keinen Boost, Mann. Jetzt hab ich Boost. Luka Boost! Luka Boost! Luka Boost! Boah! Läuft, Baloo! Aber dann bin ich das Ding. Ich hab einfach angefahren. Ja, ne, bin ich ja nicht. Sonst hätte ich ja keine Vorlagen bekommen. Was? Ja, ich hab die Vorlagen. Du bist ein Arschloch. Dafür bin ich den ersten Ballkontakt. Du hast immer den ersten Kontakt, ey. Scheiße. Ja, ich hab das ja außerordentlich. Ich weiß. Ja, das ist ja außerordentlich. Andre ist das außerordentlicher. Neeeeh, eh, eh, eh. Oder der Typ, der mich eben geskypt hat, das ja außerordentlich. Äh, außerordentlich. Ey, gib mir doch die so einen Page-Check, Junge. Du, die kann man sein. Okay. Ich hab den reingemacht, du Arsch. Ich hab voll viele Tore, ne? Ja, ich bin halt Manuel Neuer auf deiner Seite. Ja, Andre, wo warst du da? Luke, Spaß, Schatz zu dir. Halt die Presse, halt die Schnauze. Fähig mal mit dir. Haben wir das verstanden. Ne. Hey, Andre. Oh Gott, ich muss heute Abend noch ein bisschen Shadow Flight aufnehmen, fährt mir doch auf. Aha. Gehen die Parts aus. Null. Scheiß, ich muss auch noch anrufen. Hahaha. Luke. Luke. Oh, 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 oh. Du bist ein Teufel. Gott, ey. Haha. Hust. Das wird wieder von der Aufnahme. Solo-Action-Boys. Oh, nicht getroffen. Oh, hier mal. Hallo. Tschüss. Halt. Ich hab im Torwart, boah. Nein, ihr habt keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Ihr habt keinen Boost. Ich hab keinen Boost. Ihr habt keinen Boost. Warten mehr. Nein, 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 der geht nicht rein, der geht nicht rein. What? Das ist kein Boost! Guck mal, wie's los! Super Bündnis! Mann, seid ihr schlecht, ey. Boost gibt Gas! Nice! Erster Ball-Controller! Was jetzt? Nein! Ich hab das grad gesehen, das ist ein Symbol. Warte, bitteschön für Parade! Nein! Bist du, bist du der neue Luke? Bist du der neue Luke? Ey, der hat mich geface-checkt, okay? Ich bin ein Face-Checker. Wow! Puh! Die sind da richtig! Genau, alle anderen von Ruckam-Fühlen, oder? Andrea Bär! Was? Wir sind eigentlich viel besser als die. Ja. Sieht man so voll, wie wir hier skillet. Und so. Oh, Luke! Ja? Ich bin doch da! Freunde, was da aus? Ich bin ja mal ein bisschen im Kreis, okay? Was gewinnt man hier mehr, ey? Boah! Boah! Ein Tor und dann Andres Aufschlag, mit dem ersten Ball-Kontakt. Boah, jetzt macht der Typ mich aber Angst. Nein! Also jetzt noch zwei Toren mit Andres Aufschlag. Nein, das kannst du vergessen. Nicht mit Andres Aufschlag. Ich meine drei Toren. Ja, zwei Toren, Andres Aufschlag. Wie willst du das in sieben Sekunden schaffen? Nein. Tern, da war es halt nicht gut genug. Aber es hat mal loben, aber es hat mal loben! Und wieder neun Punkte verloren. Ey, 51 Punkte! Wer hat's am Anfang? Ja, ne? Geh mal bitte raus. Warum? Weil ich die Aufnahme beenden will. Ist egal. Mach das jetzt, Koins. Nein! Geh einfach raus! Weil das besser kommt! Tschüss! Noch hab ich die Aufnahme gesperrt! Also, Leute. Was machst du jetzt? Warum, Luke? Warum? Was ist mit euch beiden los? Was ist mit euch beiden los? Hast du grad den Luke nicht gehört? Nein. Sag's nochmal, Luke. Was hab ich denn gesagt? Das war's dann wieder mit einer Runde Rocket Leech. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu noch sagen soll. Was ja vielleicht noch, bis zum nächsten Mal! Bis denn denn!